Können Sie uns sagen, wie Sie zur Wissenschaft gekommen sind? Ja, das ist die Frage, die mir im Vorfeld, ich habe ja die Fragen schon im Vorfeld von Ihnen bekommen, das meiste Kopfzerbrechen bereitet hat, weil ich gar nicht mehr so richtig sagen kann, wie das eigentlich passiert ist. Na gut, ich bin inzwischen über 60, von daher liegt das jetzt auch schon einige Jahrzehnte zurück. Aber ich muss sagen, ich habe mich eigentlich schon immer für Philosophie interessiert und immer auch für Geschichte interessiert, die auch in vieler Hinsicht mit der Philosophie verflochten ist und immer für Psychologie interessiert. Und meine eigenen philosophischen Interessen sind in dem Spannungsfeld von Geschichte und Philosophie angesiedelt. Ich muss sagen, dass meine Eltern eine große Rolle gespielt haben. Es wurde bei uns schon immer bei den Mahlzeiten über Philosophie oder Theologie diskutiert. Ich hatte dann auch das Glück, sehr engagierte Lehrer zu haben aus der 68er-Generation, die auch ständig immer über Politik sprechen wollten, sodass ich da von meiner Jugend sehr viel mitbekommen habe. Natürlich hatte ich dann, wie jeder andere Studierende auch, so ein bisschen den Wunsch, vielleicht könnte man ja sowas auch zum eigentlichen Beruf machen, die Philosophie. Die meisten Philosophie-Studierenden denken da zumindest so ein bisschen dran. Denn außer Philosophie-Professor gibt es ja keine Jobs eigentlich für Philosophen oder Professorinnen, sollte ich dazu sagen. Aber dann kommt natürlich die Unsicherheit, dass man sich irgendwann fragt, ja, kann ich das denn überhaupt? Und da ist es natürlich wichtig, dass man irgendwann mal mit Lehrenden des eigenen Vertrauens mal spricht und denen mal ganz ehrlich sagt, also, trauen Sie mir das überhaupt zu, dass ich das tue? Das habe ich auch gemacht. Und dann haben manche gesagt, na, das traue ich Ihnen eher nicht so, was mich dann geärgert hat. Und manche haben gesagt, ja, das traue ich Ihnen durchaus so. Und die Meinung hat mir natürlich sehr gut gefallen. So, dass man dann sozusagen losgelegt hat und hat immer mal versucht, ein bisschen weiter abzukommen. Ganz wichtig war dann bei mir wirklich ein Schlüsselerlebnis, dass ich, als ich gerade mit der Masterarbeit fertig war, ich habe in Finnland studiert, war ich gerade an dem Punkt, soll ich jetzt weitermachen oder nicht? Und hatte mich eigentlich schon entschieden, nicht weiterzumachen. Dann gab es da in dieser kleinen finnischen Stadt, in der ich studiert habe, war da eine Konferenz. Und da kam dann auch ein berühmter Professor aus Cambridge hin, Quentin Skinner, ein berühmter Philosoph, der sich mit vor allem Fragen der Politik befasst. Naja, und dann habe ich hinterher im Anschluss an seinen Vortrag eine Frage gestellt und die hat ihm aus irgendeinem Grund gut gefallen. Der kam dann hinterher zu mir und meinte, das war eine tolle Frage und Sie müssen unbedingt in der Philosophie weitermachen. Wenn es nicht dieser Herr Skinner mir das zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, hätte ich mich am nächsten Tag für einen Kurs eingeschrieben, wo ich zum Deutschlehrer geworden wäre. Aber dieses Schlüsselerlebnis hat dann bei mir viel bewegt. Quentin Skinner war übrigens dann später in Cambridge meine Kollege, sodass ich tatsächlich auch die Gelegenheit hatte, ihm später zu sagen, wie wichtig er für mich gewesen ist. Also man braucht unbedingt das Gespräch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die einem sagen, ob es Sinn war. Also die Frage, wie ich zur Wissenschaft gekommen bin, ist eine sehr persönliche Frage in diesem Fall, weil ich schon mit zwölf Ethnologien werden wollte. Und ich weiß nicht, inwiefern ich auf diese Geschichte eingehen soll. Das war eine wirkliche Berufung. Und das war ausgelöst durch ein gewisses Klima in Frankreich. Ich bin in Frankreich groß geworden. Und ich habe die Arbeit von Lévi-Strauss gekannt und bewundert. Dann gab es auch im Fernsehen neue Sendungen. Magazin des Explorateurs war der Name von diesem Format. Dort haben Forschende von ihren Forschungsergebnissen berichtet. Damals war die Ethnologie in Frankreich eine Elitewissenschaft. Also sehr schwer zugänglich. Nur in Paris konnte man das studieren. Ich habe in Lyon, also in der Nähe von Lyon gelebt. Und alle haben versucht, mir das auszureden. Dann habe ich etwas anderes studiert, Germanistik. Bin dann so nach Wien über Umwege gekommen und konnte dann, dank meinem Mann, der mir das ermöglicht hat, dann in Wien Ethnologie studieren. Völkerkunde war der Name früher. Und aus der Völkerkunde ist die Kultur- und Sozialanthropologie geworden. Wie ich dann zur Wissenschaft gekommen bin, das ist vielleicht das, was interessiert jetzt, weil das andere war ein wenig persönliche Geschichte, das war, dass ich immer dieses Ziel vor Augen hatte. Ich musste also etwas anderes studieren. Ich habe auch einen anderen Beruf gehabt als Gymnasiallehrerin und habe dann angefangen zu studieren. Habe abgeschlossen und habe ein großes Glück gehabt. Vor Ende des Studiums, vor Abschluss, vor dem Doktorat, bekam ich eine Forschungsassistentenstelle am Institut für Soziologie bei Leopold Rosenmayer, der damals Forschungen in Westafrika durchgeführt hat. Und ich weiß nicht, ob mein Weg eine... Ich kann nur sagen, mein Weg, wenn ich nach hinten zurückblicke, ist dadurch gekennzeichnet, dass ich immer, wenn eine Möglichkeit sich ergeben hat, ich diese Möglichkeit ergriffen habe. Es war aber nicht geplant. Es war nie etwas geplant eigentlich. Wenn ich rückblicke, würde ich sagen, von keinem der Projekte, sie waren geplant, als ich sie in Angriff genommen habe, auch eigene Projekte, aber es war nicht der Weg so genau geplant. Es hat sich vieles ergeben. Und es war alles... Die Möglichkeiten haben sich eröffnet und andere haben sich als nicht machbar gezeigt, weil es natürlich weniger Stellen gab oder auch immer. Also die Situationen, die Rahmenbedingungen haben sehr viel auch etwas vorgegeben, was ich wahrnehmen musste. Man muss es natürlich kennen. Und wenn man es kennt, kann man danach handeln und überlegen, will man so etwas machen, ja oder nein, ist das möglich, ist das sinnvoll für mich, ist das ein Weg und so weiter. Es sind viele Fragen, die dann dazu kommen und individuell zu beantworten sind. Also ich habe an der TU Wien studiert und promoviert, habe dann eine Zeit in der Privatwirtschaft gearbeitet, war Berater für ein Softwarehaus und habe dann das Angebot bekommen, wieder an die Universität zurückzukehren für ein Forschungsprojekt. Das war einfach spannend, das Thema. Und dann war das ein Beschäftigungsverhältnis, das nicht lange gedauert hat, weil das Projekt nicht lange finanziert war und so haben wir dann ein Forschungszentrum gegründet und in diesem Forschungszentrum war ich dann etwas über zehn Jahre und von dort bin ich dann an die Universität Wien gekommen. Ich denke, der Hauptvorteil eines Studiums an der Universität ist es, dass es Forschungsgruppen gibt, die sich mit interessanten Themen beschäftigen. Also vor allem im Vergleich zu Fachhochschulen, wo der Forschungsfokus nicht so im Vordergrund steht. Das heißt, man bekommt am meisten aus der Universität raus, wenn man sich verschiedene Gruppen ansieht und dann mit einer Gruppe gemeinsam Forschung betreibt, die einerseits ein interessantes Thema macht und andererseits, wo die Leute auch sympathisch sind. Und diesen Aspekt der guten Arbeitsumgebung darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist es wichtig, dass Studierende während ihres Studiums einfach zu verschiedenen Gruppen dazustoßen, am Anfang vielleicht im Rahmen von Seminararbeiten hineinschnuppern, woran arbeiten die, sind das nette Leute, vielleicht das dann vertiefen, dann sich vielleicht noch eine zweite, dritte Gruppe anschauen und dann irgendwo hängen bleiben, wo es einfach am meisten Spaß macht. Ich persönlich bin über meine Masterarbeit zur Wissenschaft gekommen. Ich habe einfach während der Bearbeitung meiner Masterarbeit gemerkt, dass mir dies absolut Freude bereitet und ich einfach mein Glück hier versuchen möchte.